Hallo und jetzt willkommen zu einem kleinen News-Video betreffend der Roadmap vor 2018, das heißt jetzt im Laufe des Jahres noch, beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres. Was uns dann erwarten wird hier oben ist noch eine kleine Notiz, und zwar das Competitive anscheinend sehr, sehr gut angekommen ist und mehr als doppelt so viele aktive Spieler jetzt hat, als es vorher der Fall war, als es nicht ranked war. So im Endeffekt. Dann kommt Rogue League nach China und das betrifft uns aber halt nicht so wirklich. Was uns jetzt eher was betreffen wird, ist die Rocket ID. Da wurde sie ja sehr, sehr oft aufgeschoben und jetzt sagen die uns, dass die anscheinend 2019, Anfang 2019 irgendwann kommen soll. Werden wir sehen. Es wurde zweimal aufgeschoben, ob es dann wirklich so erscheinen wird. Werden wir sehen. Aber bei Sony ist ja, die haben ja schon angewilligt zu Cross-Plattform-Sachen, das heißt, dass Playstation-Spieler mit Xbox spielen können. Derzeit ist es aber nur bei Fortnite der Fall und soweit ich weiß, ist es ein Beta. Das heißt, sobald da das okay ist, dass alles funktioniert, wird es dann halt in andere Spiele integriert. Und ich denke, dass dann Psyonix dann auch später einsteigen wird, je nachdem wie gut es halt bei Fortnite läuft. Hoffen wir also das Beste, dass es so schnell wie möglich geht und dass wir das eher im Januar und Februar 2019 sehen können und nicht dann erst im April oder wie auch immer. Weil Early 2019 ist ja immer so eine Auslegungssache. Mal schauen, wie die das auslegen werden. Ja, werden wir schauen. Dann für Xbox-Spieler bzw. Xbox One X-Spieler. Die können anscheinend bald, dann endet das noch 2018 geplant, das heißt, es kommt jetzt in den nächsten Monaten. Beziehungsweise nächsten Monat oder übernächsten Monat. Mehr geht ja gar nicht mehr. Können die anscheinend mit 4K bei 60 Frames und HDR-Support spielen. Was erstmal ganz cool klingt, betrifft mich nicht, hätte ich auch gerne. Aber, ist ganz cool. Also, viel Spaß da mit Xbox-Spielern. So. Dann noch, der Rocket Pass, wen wundert's, der ist gut angekommen und der nächste Rocket Pass wird auch dann natürlich kommen. Dezember, ich gehe davon aus, der letzte Rocket Pass endet am 26. November, das heißt, ich denke, dass der vielleicht, der nächste Rocket Pass dann so am 3. Dezember kommen wird, eine Woche später. Gehe ich davon aus, ich habe auf Reddit und auf Twitter jetzt gerade nichts dazu gefunden. Falls ihr da mehr Infos haben solltet, schreibt die gerne unten rein. Ich pinne das dann oben an, ne. Wäre ganz wichtig. Oder ich schreibe einen Kommentar und pinne ihn dann oben an. Das wäre ganz wichtig. Aber ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Ich gehe aber davon aus, Anfang Dezember wird der Rocket Pass dann kommen mit weiteren Items und dies und das. Und auch einem Premium-DLC, der dann auch zu der Zeit kommen soll. So. Dann, im Dezember wird es auch sein, dass Mitte Dezember, ist es geplant, Mitte Dezember, Frosty Fest kommen soll. Also, das ist auch für die Leute, die jetzt ein bisschen neuer sind im Spiel, ist halt auch wieder ein In-Game-Event. So wie wir das jetzt auch schon bei Haunted Hills, äh, Haunted Hills wollte ich sagen, Haunted Hellos haben. Also bei dem jetzigen Kürbis-Event, wie heißt es, Halloween-Event. Da kommt halt auch ein Winter-Event auf und zu. Das wird im Endeffekt 1 zu 1 dasselbe sein wie jetzt auch. Das heißt, ein Store wird kommen, Event-Store mit Holiday-Items, mit Winter-Items, dies und das. Und eine Kiste, die dann Golden Gift heißen wird. Wird dann wahrscheinlich wie die Goldenen Kürbisse auch sein. Nur dann halt mit anderen Items aus anderen Kisten. Werden wir dann sehen. So. Äh, das war's auch schon mit den News. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Wenn ich was vergessen haben sollte, schreibt es unten rein. Äh, ich danke euch, dass ihr da wart. Tschüss.